Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie verschiedene Fonte-Varianten in einer sequenziellen Fortschreitung zu einer Einheit integriert werden können, wie wir also zwischen verschiedenen Fonte-Varianten wechseln können und wie man diese Fonte-Varianten in einer Liedzeile, in einem Skalenausschnitt, in einem fallenden Skalenausschnitt segmentiert. Diese Methode habe ich schon einmal angewandt, und zwar beim Terzfall, dass diese Gegenbewegungsfigur entsteht. Den Link zu dem Video seht ihr am Ende dieses Videos. Und dasselbe möchte ich Ihnen jetzt bei einer fallenden Stufensequenz, in diesem speziellen Fall bei einer Fonte-Sequenz, anwenden. Schauen wir einmal hinein. Die Frage ist, was ist überhaupt eine Fonte-Sequenz? Das kann man nun sehr streng historisch definieren, und zwar mit Blick auf die Sichtweise Riepelt, der ja die Fonte-Sequenz in einen Minuet-Kontext einordnet, ab Doppelstrich. Das tue ich nicht, sondern ich erweitere diesen Begriff grundsätzlich zu einer fallenden Stufensequenz, deren Gerüßssatz ein Terz-Sekund-Zickzack ist. Und zwar Sekunde rauf, Terz runter. Die Frage ist nun, welche Möglichkeiten es gibt, eine solche Oberstimme, Sekunde rauf, Terz runter, mit einer Bassstimme zu versehen, zweistimmig zunächst mal, und zwar nur mit unvollkommenen Konsonanzen. Das heißt mit Terz und Sechste. Schauen wir mal in Beispiel 1. Dort habe ich Ihnen die Möglichkeit der Terz-Parallelen aufgezeichnet. Und zwar hier, nehmen wir mal schickes Grün, hier sehen Sie die zweistimmige Variante. Dort. Die unterschiedliche Halsung deutet schon an, deswegen ist die Oberstimme gleich in zwei Satzstimmen aufspalten, und zwar durch Fingerpedal. Das deuten diese Überbindungsbögen an. Das ist eine Technik, wie wir sie aus dem französischen Stil Brisé kennen, bei D'Aubert und so weiter, also bei Louis Couperin. Das heißt, es wird eine einstimmige Linie notiert und durch Überbindung eine Mehrstimmigkeit erzeugt. Diese Mehrstimmigkeit erzeugt hier in Beispiel 2. also eine Vorhaltskette. Wie Sie sehen, das bleibt in all den drei Möglichkeiten, die ich Ihnen gleich vorstelle, gleich. Diese Vorhaltskette hier ist sozusagen ein verbindendes Element. Und der Bass bleibt hier natürlich auch erhalten in den Terz-Parallelen und wir bekommen dadurch einen Nonen-Vorhalt. Was Sie ganz rechts sehen, ist nun eine vierstimmige Darstellung dieses Nonen-Vorhaltes. Und dort geschieht etwas sehr Interessantes. Das ist diese, ich zoome das mal ein wenig rein, jetzt sehen Sie hier, das ist die hinzugefügte Stimme. Und Sie sehen hier zwischen Tenor und Alt-Quinten-Parallelen. Diese Quinten-Parallelen sind sehr, sehr interessant und absolut lizenziert. Sie stammen aus der Generalbasspraxis und tauchen in dieser Form auch bei Bach auf, etwa im musikalischen Opfer, im zweiten Satz der 10-Mall-Triosenate und substanziell auch in Chorälen, etwa in dem Choral Ich will dich mit Fleiß bewahren, aus dem Weihnachtsoratorium. Was liegt diesen Parallelen zugrunde? Diesen Parallelen liegt zugrunde eine unterschiedliche Zeit. Der Tenor ist nämlich von der Zeit her schneller als der Alt. Ich deute das mal hier durch zwei Uhren an, zwei kontrapunktische Uhren. Während der Alt nämlich noch mit der Vorhaltsauflösung hier beschäftigt ist, wartet der Tenor nicht ab auf dem E, brav für den Non-Vorhalt, sondern geht weiter zum nächsten Quint-Sechster-Kord. Desgleichen auch der Bass übrigens. Der Bass bettet diesen Vorhaltston in einen neuen Kontext ein. Das heißt, Bass und Alt sind also nun schneller als Entschuldigung, sind schneller als die Vorhaltsauflösende Stimme im Alt. Bass und Tenor sind schneller als die Vorhaltsauflösende Stimme im Alt. Wenn ich gleich zum Klavichort rübergehe, werden Sie sehen, dass man diese Parallelen überhaupt nicht hört und dass das sehr, sehr schön klingt. Beispiel 2, dort haben wir Terz und Sechst in Gegenbewegung. Hier die Terz, dort die Sechst, auch hier zunächst mal im zweistimmigen Satz, daneben dann im dreistimmigen Satz, durch Fingerpedalisierung der rechten Hand entsteht eine Vorhaltskette und der Bass erzeugt hier Quint-Sechst-Akkorde, Quint-Sechst-Akkorde, die sich nach all den Regeln der Kunst als Kantizans Penultima nach oben auflösen. Und was wir hier sehen, im letzten Beispiel, in dieser Zeile ist auch die hinzugefügte vierte Stimme hier im Alt, im Tenor, Entschuldigung, ich wechsle heute dauernd Alt und Tenor, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und wir erhalten dann die Bezifferung 5, 6, 3, 5 oder 5, 6, nichts, wie ich zu sagen, Pflege. In der letzten Zeile haben wir nun die letzte Möglichkeit, nämlich sechs Parallelen. Fassen wir das also nochmal zusammen. Wir haben Terz-Parallelen, sechs Parallelen und Terz-Sext in Gegenbewegung. Das sind die drei Möglichkeiten, eine Fonte-Sequenz zweistimmig zu fassen. Und hier genau der gleiche Weg, nämlich durch Fingerpedal erzeugen wir hier die Bezifferung 6, 5, 6. Und 6, 5, 6 kommt uns bekannt vor, denn 6, 5, 6 ist eine Bezifferung Schiffre, die kadenziell definiert ist, nämlich im Sinne der von mir sogenannten Ruggiero-Klausel. Das heißt, der Bass steigt von der Terz einer Skala über die Quarte zur Quinte. Wir haben die Bezifferung 5, 6, aber der Zielton wäre jetzt, ich zeichne das mal rot ein, der Zielton wäre jetzt hier G. Wir würden hier auf G zentriert sein. Dabei ist es eigentlich zunächst mal nicht wichtig, ob G die erste, die fünfte oder die vierte Stufe eines Modus ist. In der Regel ist es aber die fünfte, sodass wir dann hier also eine Kadenz haben, diese typische Kadenzformel. Und dieses G kommt aber nicht, wird also ausgelöscht. Und dadurch können wir hier auch sagen, dass wir eine Art Ruggiero, ich schreibe Ihnen das hier nochmal ein, Dissector haben, eine abgeschnittene Ruggiero-Klausel in der Terminologie von Prinz übernommen. So, und im letzten Beispiel, das Ganze in der vierstimmigen Darstellung, da sehen Sie hier, dass dieser eingefügte Tenor sich hier in Terzparallelen zum Was bewegt, dass wir hier eigentlich zwei Parallelbewegungen in einer integrierenden Fortschreitung vorfinden, nämlich Terzparallelen und Sechstparallelen. Das ist zunächst mal der, das sind zunächst mal die Möglichkeiten, die wir hier vorfinden. Ich suche Ihnen das mal so rein, dass Sie alle gleichzeitig sehen können. Das ist jetzt nämlich ganz wichtig. So, ich möchte Ihnen nun zeigen, wie man diese drei Situationen miteinander verbinden kann zu einer Fortschreitung, die ich integrierend nenne, weil sie drei verschiedene, in diesem Fall Fonte-Varianten, integriert. Fangen wir hier oben an. Hier sehen wir einen Quincechster-Kord in der Terzparallelen Ausformung. Dieser Quincechster-Akkord steigt eine Sekunde wieder in den Nonen-Akkord. Wenn ich jetzt noch eine Terz fallen würde, statt einer Sekunde zu steigen, würde ich jetzt hier landen. Sehen Sie? Ich hätte also zwei, ich skizziere das mal hier in der Mitte, ich hätte also zwei fallende Terzen, die mit 9, 5, 6, 5, 6 beziffert sind. Das ist doch interessant. So, und jetzt könnte ich hier eine Sekunde aufwärts steigen, nach F, wie es hier steht, aber wenn ich noch eine Terz falle von diesem E abwärts, dann lande ich hier auf C mit der Bezifferung 6. Und Sie sehen hier, ich habe also die Möglichkeit, 1, 2, 3 fallende Terzen hintereinander zu bauen, kann man fast sagen, die Bezifferung 9, 5, 6, 5, 6 und 6 haben. So, weiter runter geht es nicht. Dieser 6. Akkord steigt jetzt wiederum eine Sekunde in den Quint-6. Akkord, das sehen Sie hier. Also als nächstes würde hier D kommen mit 5, 6. Das wäre die 6. Parallele. Also ich steige jetzt wiederum eine Sekunde in den Ich skiziere das mal hier unten vom Sechstakkord in den Quint-Sechstakkord und das könnte ich jetzt so weiterführen, dann würde ich in dem sechsparallelen Modell verhaftet bleiben. Aber ich weiß ja, dass ich stattdessen auch eine Sekunde steigen kann, statt einer Terz zu fallen. Also steige ich eine Sekunde und lande also in diesem Modell hier. In dem Terz-6 antagonisierenden Modell. Sondern das könnte ich hier weitermachen. 5, 6 nicht. Dann würde ich dort drin bleiben. doch jetzt steige ich von diesem Modell noch eine Sekunde und lande dann in dem Terz-parallelen Modell. Nämlich hier. EF habe ich jetzt als Transvision gerade nicht drin. Aber ich lande dann hier. Dann bin ich also bei 9 und habe hier 5, 6 5, 6 9 tatsächlich Ruggiero. Hier oben vielleicht noch mal die Vorhalskette. Hier haben wir also 5, 6 6 ist der 6. Akkord. Dann hier 5, 6 5, 6 und dann hier 9 9 zu 8 dann. Das heißt, was ich bekomme ist einerseits eine Abfolge von 3 Terzen und andererseits eine Abfolge von 3 Sekunden aufwärts. Vielleicht können wir uns das noch mal etwas genauer ansehen. Das sieht dann nämlich so aus. Hier habe ich eine Abfolge von 3 Terzen 9 5 6 5 6 6 und hier eine Abfolge von 3 Sekunden rauf wieder nach 9 und komm habe ich 9 erreicht falte wieder die Terzen und dann steige ich wieder die Sekunden. Ich überlege mal gerade, ob ich Ihnen die steigenden Sekunden noch ein bisschen besser zeigen kann. Von E F ja vielleicht, damit Sie das in der Transition noch besser sehen. E F geht statt einer Terz runter, hier rauf nach G und statt einer Terz runter nach E geht es rauf nach A. Da sind die steigenden drei Sekunden. So ist das besser zu sehen. E F G A und hier haben wir G E C und H G E C E F G Sie sehen also rein optisch wie diese beiden Linien sozusagen zwischen diesen drei Varianten hin und her springen und ich erhalte also einmal die fallenden Terzen und einmal die steigenden Sekunden. Da die Vorhaltskette in der rechten Hand jetzt eine sehr homogene Angelegenheit ist, kann ich jetzt allerdings mir überlegen, diese Segmente, die Daten stehen, diese übergeordneten Bausteine, unterschiedlich anzuordnen, denn niemand schreibt mir vor, mit fallenden Terzen zu beginnen. Um das etwas genauer in den Griff zu bekommen, können wir sagen, wir haben auf halbe Basis hier die fallenden Terzen in rosa, dann haben wir hier so einen Bauch nach oben, eine Circulatio Ascendens, eine steigende Umspielung, so heißt das im Barock bei Prinz und hier haben wir einen Bauch nach unten, eine Circulatio Descendens. Ascendens bedeutet, es beginnt mit Sekunden und fällt eine Terz, wie hier die gelbe Einzeichnung und die grüne Einzeichnung zeigt, es beginnt eine Terz und steigt dann Sekunden. Und das kann ich jetzt, bleiben wir mal hier bei der grünen Einzeichnung, die kann ich natürlich auch versetzen. Ich kann jetzt sagen, ich setze die hier hin oder ich setze die hier hin. Dann sehen Sie, dass die Halben wandern. Interessant ist übrigens, dass das Ganze hemiolisch ist. Es sind drei halbe gegen einen zwei halbe Takt, gegen einen vier Viertel Takt. Oder ich kann es auch so hören, jom pom 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 als drei Viertel gegen vier Viertel. Aber hier ist die drei halbe Sichtweise besser, weil ich bekomme einen besseren Überblick über das Wandern dieses Segmentes. Schauen wir an, was mit dem Game-Segment passiert. Es wandert hier nach vorne und hier ganz nach hinten. Und die fallenden Terzen sehr prägnant. Welche Farbe haben wir noch? Rosa. Die wandern hier nach hinten und sind hier in der Mitte. Sodass wir insgesamt drei unterschiedliche Möglichkeiten haben, diese Fonte-Verschränkung unter die Vorhaltskette im Bass zu legen. Und die Hemiole macht das Ganze sehr, macht das Ganze sehr, sehr reizvoll. Jetzt habe ich Ihnen hier unten noch die halbe Verschränkung des Videos, das ich Ihnen verlinke, hingeschrieben. vielleicht noch einmal, doch noch einmal zur Wiederholung. So funktioniert das Ganze. Sie sehen hier in der ersten Zeile den Ansatz aus der Terz, Pachelbel was aus der Terz, in der zweiten Zeile Pachelbel was aus der Unteroktave und dann die Verschränkung von beiden. Wir haben hier also schon es beginnt mit G, das entspricht Fassung 2, dann H entspricht Fassung 1, C 9 8 entspricht Fassung 1, D im Bass 7 6 entspricht Fassung 2, wenn wir H Moll annehmen und das C-Dur im Quint-6-Akkord entspricht auch Fassung 2. Sodass wir also eine Verschränkung dieser beiden haben. Und was Sie jetzt hier sehen, um mal wieder zurückzukommen, was Sie jetzt hier sehen, ist, wir haben hier Scharniere, die es uns erlauben, zu den jeweiligen Fonte-Verschränkungen überzuwechseln. Hier haben wir zum Beispiel, ich glaube ich brauche eine andere Farbe hier, nehmen wir mal eine Art Türkis, wir haben hier die Bezifferung 9 zu 8 und diese Bezifferung 9 zu 8 erscheint auch hier. Wir könnten jetzt von dort rüber wechseln oder wir haben die Bezifferung 6 und die Bezifferung 6 erscheint auch hier und wir könnten jetzt von dort rüber wechseln und das sehen wir auch, das tut ja dieses Modell. Das werde ich Ihnen gleich am Klavikord noch genauer zeigen. Bis hierhin erstmal sozusagen die Arbeit im Geiste, in der Konstruktion, ein, wie ich finde, faszinierendes Perpetuum, das einlöst jene Worte von Peter Handke, der einmal gesagt hat, in der Kunst wird Wissenschaft zum Spiel. Das Ganze ist tatsächlich ein kontrapunktisches Spiel. Bis gleich. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir die drei Möglichkeiten noch einmal durch und zwar am Instrument. Möglichkeit 1 zunächst mal als Triosatz, Terzparallele über dem Bass. Fingerpedalisiert in der rechten Hand und dadurch entsteht eine Vorhaltskette. und das Ganze in vierstimmiger Darstellung mit den erwähnten Quintenparallelen. Ich habe in den jeweiligen, wusste man Stift überhaupt? Ah, ich muss kurz meinen Stift holen, Entschuldigen Sie. Ich habe in den Beispielen die vierte Stimme gelb eingezeichnet. Das wäre also hier Beispiel A und nun spiele ich Ihnen Beispiel B vielleicht gleich in der vierstimmigen Darstellung. Und Beispiel C Beispiel B war also Terz Sechst abwechselnd Terz und Sechst und Beispiel C wäre dann nur Sechst Parallele. So und nun die Verschränkung. Das ist ja der interessante Punkt wird diese drei Segmente miteinander verschränkt werden. Ich springe also sozusagen von einem Segment in das andere und dadurch entstehen entweder die fallenden Terzen drei Stück an der Zahl oder die steigenden Sekunden. Ich habe Ihnen zu diesem Zweck hier einen kleinen Film aufgenommen und spiele gleichzeitig mit. Mal gucken, ob das klappt. drei Terzen abwärts Sekunde aufwärts im Modell jetzt wechseln noch eine Sekunde aufwärts statt Terz abwärts und noch eine Sekunde aufwärts oder alle drei Modelle miteinander verknüpft. Das bedeutet, das was wir hier vorfinden ist immer eine entweder abwärts eine ein Terzfall statt ein Sekundstieg. Also hier statt der Bass nach A geht, fällt er nach E statt der Bass nach F steigt, fällt er nach C also die fallenden Terzen insgesamt also drei Stück und jetzt steigt er eine Sekunde das ist normal und jetzt statt einer Terz zu fallen steigt er noch eine Sekunde und statt einer Terz zu fallen steigt er noch eine Sekunde und auf die Weise erhalten wir also dieses Bild. Nun gehen wir noch einmal zu dem Schaubild was ich Ihnen schon gezeigt habe Es ist jetzt nämlich nicht gesagt dass wir mit dem Non-Verhalt beginnen sondern wir können auch woanders beginnen um uns das klar zu machen sehen Sie hier die unterschiedlich eingefährten Groppi wir haben also einerseits den fallenden Terzturm wir haben die Zirkulatio Ascendens und die Zirkulatio Descendens also diese drei Elemente Ich spiele Ihnen jetzt diese drei Beispiele hintereinander weg und einmal beginne ich mit dem Terzturm hier dann beginne ich hier mit dem mit der Graduatio mit der Zirkulatio Zirkulatio habe ich Graduatio gesagt Zirkulatio Ascendens und hier mit der Zirkulatio Descendens wollen wir mal gucken wie das klingt da habe ich jetzt einen Fehler gemacht das muss natürlich C sein ich habe jetzt CIS gespielt nochmal man hört deutlich die Hämiolenbildung die linke Hand in diesem Dreiermaß entweder Drei Halbe statt Vierhalbe oder wir haben Dreiviertel über Vierviertel das ist also eine 3 gegen 4 Hämiole hier das gerade Tappmaß und hier Drei Eins Zwei und das übereinander eine merkwürdige Sache ich kenne da kein Beispiel von Bach obwohl es relativ gut nach Bach klingt finde ich ja das Interessante dabei ist dass wir durch dieses Modell tatsächlich im Grunde alle Fortschreitungen des Quint-Sechster-Kordes eben zwei Quint-Sechster-Korde hintereinander aufwärts und im Terzfall hier wo der Quint-Sechster-Kord also eine Terz fällt an der Stelle und der Quint-Sechster-Kord nochmal eine Terz fällt in den Sechster-Kord ich nehme mal die Einzeichnung hier wieder raus sehr unübersichtlich jetzt das zweite Beispiel kommt also auch hin ist also keine Frage das dritte Beispiel hier stellt sich nur noch die Frage nach der chromatischen Folie Sie sehen hier im ersten in der ersten Zeile ein Sis und ein A es wäre möglich durch den Sog nach H-Moll im ersten Takt das würde dann so klingen also eine sehr reizvolle Sache vor allen Dingen durch den dadurch entstehenden übermäßigen Akkord hier an der Stelle dieser übermäßige Akkord der den Bach so sehr geliebt hat in der zweiten Zeile habe ich einen Disz probiert mal schauen auch jener übermäßiger Akkord der jetzt den Bachs vorbereitet und in der dritten Zeile ja habe ich jetzt keine Vorzeichen drin ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht warum wahrscheinlich würde das eventuell auch gehen wir probieren mal nein es ist organisch ohne deswegen habe ich das nicht gemacht ich wittere jetzt hier keine Möglichkeit aber vielleicht wittern Sie ja noch eine Möglichkeit beim Durchspiel so dieses Modell hat eine übergeordnete Fortschreitung eine integrierte Fortschreitung wenn wir das sozusagen ein wenig vom Hochsitz aus betrachten und zwar sehen wir das hier etwa an den fallenden Terzen es fällt eine Quarte nun können wir es allerdings so machen dass wir das in einen Terzfall hineinnehmen der entscheidende Punkt oder in einen Terzfall verwandeln der entscheidende Punkt ist dieser Quint-6-Akkord hier wenn wir von diesem Quint-6-Akkord nicht eine Terz fallen wie hier sondern eine Sekunde steigen wie hier wechseln wir den Kontext und wir erzeugen Ruggiero schon an dieser Stelle also die zwei steigenden drei steigenden Sekunden beziffert mit 5-6-5-6-9 also wir haben eigentlich dann hier hier noch 5-6-Einfüge verschieben wir im Grunde und das ist der entscheidende Punkt wir verschieben dieses Segment 5-6-5-6-9 nach F eine Sekunde tiefer 5-6-5-6-9 nach G und dadurch wird aus dem Quartfall ein Terzfall ich kann das sogar noch unterstützen indem ich dieses Modell diesen Modell immanenten Ton hier runterziehe zur Bezifferung 6 dann habe ich das gesamte Segment eine Sekunde nach oben gesetzt und dadurch aus dem Quartfall einen Terzfall gemacht so entsteht hier also der Ruggiero Terzfall nicht als Ornamentation des Pachelbebasses sondern er entsteht auf der Grundlage einer Verschränkung verschiedener Fontesequenzen das ist das Interessante hier ich spiele Ihnen das mal Sie sehen schon die Diagnose hier ist klar die Kadenz funktioniert nicht der Terzfall hier von Entschuldigung der Terzfall hier von G nach E funktioniert nicht weil E ist Leitton ein Notenvorhalt über dem Leitton klingt nicht besonders gut das heißt hier brauchen wir ein Korrektiv schön wäre hier den Terzfall zu stützen das geschieht auch in der Literatur andauernd durch E und Fis durch dieses melodische Mollsegment nach G Moll geht und jetzt müssen wir mal gucken ob wir hier eine Möglichkeit haben in die Kadenz hinein zu kommen und diese Möglichkeit gibt es tatsächlich indem wir ganz einfach nach dem Terzfall Segment hier von G von B nach G ein Fonte Segment ein Sekundenfall Segment einsetzen das können das ist also eine Sache die man sich ganz gut merken kann beim Terzfall der Terzfall kombiniert sich mit dem Sekundenfall was auch daran liegt dass wenn wenn Sie einen Modus halten wollen eine Skala halten wollen können Sie das nie nur durch fallende Terzen kriegen Sie brauchen also Sie fallen eine Terz noch eine Terz noch eine Terz und irgendwann brauchen Sie eine fallende Sekunde egal wo sie auch liegt Sie kann auch in der Mitte liegen fallende Terz fallende Sekunde fallende Terz fallende Sekunde und hier liegt eben das sehen Sie an dieser Stelle hier die fallende Sekunde erst eine fallende Terz und hier die Sekunde am unteren Rand und dann ist die die Sequenz also sehr elegant wir haben hier also den Terzfall und dann hier wiederum die Frontesequenz mit Nonenverhalten wie wir sie kennengelernt haben und dann wieder die fallenden Terzen wir kehren also zurück zur Fronteverschränkung nach dem Terzfall wiederum eine weitere Möglichkeit der Skalenharmonisation im Choral eine sehr interessante Sache Nun ist es so dass wir oder dass es angesagt ist oder organisch ist schwer auszudrücken richtig und falsch das ist immer so eine Sache aber es wäre also organisch wenn wir in Moll diesen Sekundenfall diesen Sekundenfall an den Anfang setzen also hier von B in B in F Moll ist hier das zweite Beispiel von B nach As fällt der Satz eine Sekunde und dann fällt der eine Terz nach F Moll man kann sich also merken dass in Dur wenn die Melodie von der sechsten zur fünften zur vierten bis zur ersten Stufe fällt wir zunächst mit dem Terzfall beginnen und dann mit einem Sekundenfall während wir in Moll zunächst mit dem Sekundenfall beginnen und dann mit dem Terzfall ich spiele das auch mal und ein Dur hier könnte man noch 5,6 einfügen in Moll so die Frage ist warum das so ist und ob das sozusagen eine Regel ist die begründbar ist oder einfach sozusagen nur eine historisch konditionierte Regel ja das ist eine interessante Frage und dieser Frage können wir auf den Grund gehen indem wir das Ganze tauschen also ich spiele jetzt das obere Beispiel also dieses hier in Moll in F-Moll was wir dort wahrnehmen ist wir landen würden dann hier in Gess landen und würden dann nach F fallen das ist ein äquidistantes Segment ein neapolitanisches Segment ein Verhältnis von einer kleinen Fontesequenz aber im neapolitanischen Kontext das heißt im halbtönigen Kontext und das ist überhaupt nicht falsch aber es ist etwas Besonderes ich spiele das nochmal diese und eben solches würden wir erhalten wenn ich in das Beispiel in Moll hier in Dur spiele und dann funktioniert es das heißt wir würden hier also von B-Dur wahrscheinlich über Gess und H nach A-Moll landen auch dort haben wir ein neapolitanisches Verhältnis es ist also im Grunde keine Sache von richtig oder falsch sondern auch hier wie häufig in der Musik eine Angelegenheit von naheliegend und nicht naheliegend in Dur mit dem Terzfall zu beginnen und in Moll mit der Fonte Sequenz mit dem Fonte Sequenz Ausschnitt ist das naheliegende und umgekehrt ist es nicht so naheliegend mal schön da ist die chromatik sozusagen bringt das Schiff ein wenig in Schlagseite eine Vertauschung also erzeugt ein äquidistantes neapolitanisches Segment und ist und deswegen habe ich hier die Luftballons als Erkenntnisluftballons eingefügt vordringlich ein romantisches Stilidion es ist also auch interessant zu sehen in welcher Zeit wir uns dann bewegen nun wäre die nächste Frage wie wir das einordnen können wie wir das an Chorelen üben können die Skalen feilende Skalensegmente haben und welche Beispiele wir dort finden das machen wir jetzt aber nicht ich möchte Ihnen erstmal nur dieses dieser Anregung mit auf den Weg geben mit einem kleinen Hinweis noch nämlich wir haben hier zwei Eigenschaften die wir in der Kunst sehr sehr häufig vorfinden die eine Eigenschaft ist die der Leichtigkeit der Facilita wie es der Renaissance Theoretiker Landino beschreibt eine Sequenz ist nämlich an sich ein leichtes Phänomen ein klares Phänomen und die Eigenschaft der Difficulta das heißt wir nehmen dieses leichte Phänomen und spielen damit und durch dieses Spiel wird es komplex wir erkunden komplexe Möglichkeiten es setzt sozusagen Kristalle an und der Kristall wächst und wir haben dann eine Vielzahl von Möglichkeiten feilende Sekunden in unterschiedlichen stilistischen Hemisphären gewissermaßen also im Choral in der Fuge und in anderen Kontexten auszuprobieren und einzusetzen gewissermaßen das soll es gewesen sein Fonte Segmente Fonte Verschränkungen deren Segmentierung und deren Handhabbarmachung ein schönes Wort für kontrapunktische Kontexte etwa in der Cantus Hymus und Choralbearbeitung und ähnlichen Zusammenhängen Das war das Thema dieses Videos Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal Tschüss Ich wünsche Ihnen Vielen Dank.